Das Inverted Classroom Modell verändert die klassische Vorlesungssituation insofern, dass die Studierenden sich die Lehrinhalte schon vorher vor der Präsenzphase zu Hause als Lernvideo ansehen können und dann bereits vorbereitet mit dem Wissen über die Theorie in die Präsenzphase kommen. Das Medientechnische Projekt 1, das als Inverted Classroom Labelübung durchgeführt wird, besteht aus fünf voneinander unabhängigen Themen, die von fünf verschiedenen Vortragenden behandelt werden. Jeder Studierende bereitet sich zu Hause anhand der Lernvideos auf jedes Thema vor, kommt dann in die Präsenzphase und hat dann die Möglichkeit, in unterschiedlichen Labors das zuvor theoretisch abgehandelte Thema in der Praxis zu erleben. Die theoretischen Lerninhalte werden den Studierenden per eCampus zur Verfügung gestellt. Hauptsächlich sind dies Lernvideos, ergänzt um andere Dinge, wie zum Beispiel PDF-Files, Literatur, PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Der Vorteil bei dieser Form der Laborübung ist, dass man gut vorbereitet mit der Theorie bereits im Handgepäck sozusagen in die Präsenzphase kommt, sich während der Laborübung auf die Durchführung der praktischen Übung selbst konzentrieren kann und die dabei entstehenden Herausforderungen und Probleme dann mit Hilfe und mit der Begleitung des jeweiligen Vortragenden lösen kann. Die Themenfelder sind vielfältig. Sie reichen einerseits von sehr grundlegenden Dingen wie Statistik über Programmieranwendungen, MATLAB zum Beispiel, bis hin zu übertragungstechnischen Fragestellungen der optischen Nachrichtentechnik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020